ja es regnet immer noch kein rothpuffisier so schnell kann das gehen ich halte uns den ritten freib bloß ja alles da und ob man ich weiß nicht was schlimmer ist abstürzenden helis ausweichen oder sich hier im und sohn den arsch abzufrieren einsteig sind das verbindete ich weiß nicht die wehmann deckung sagt texas verdammt mach schon ich hab einfach mal losgeschossen tschüss alles super komm hoffentlich haben wir ja akars 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 sehr gut sehr gut wieder ein bisschen munition landgranate landgranate wir wollen uns ja ein bisschen ankündigen trockene füße höhe nur mit dem geschwätz oh oh ja ja alles klar oh hat er gefallen ich sehe nichts kein nacht sich gerät was für ein siegel an der tür ich dachte der präsidentenbunker ist unter dem westflügel nein das ist nur für touristen das hier muss echt sein öffnen so corporal dann echt oder nicht das ding ist geschichte ich hoffe sie sind rechtzeitig rausgekommen mach dich bereit hopp ja dann wollen wir mal weiter das weiße haus washington dc äh in der usa drinne was geht hier so echt okay warte auf mir ja beeilung alles klar wow bisschen was einfach mal ich hätte keine granate dafür sein moment dann springen wir mal dabei hoch und schon fliegt die granate gleich ein bisschen weiter immer noch kein aber ich habe ach ja das war das auch wo ich immer ein bisschen oft gestorben bin aber ich laufe hier einfach mal ein bisschen durch und zack hey zack und nachladen und weiterlaufen hey können wir ruhig mal helfen die 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 Tür! Die Tür! Die Tür! Geht klar. Ja, das hättest du wohl gern, ne? Mit deiner Waffe zuschlagen. Ey. Wie oft hättest du da noch wagen? Na, alles klar. Ist hier los? Hey. Finde ich jetzt aber nicht gut. Oh, knappen. Oh. Nee, nee. Kollege, so leicht nicht. Ich bin auch schon lange hier vorne. Oh, ja, gut erwischt. Komm, wir drücken. Nein. Oh Mann, wie schlecht. Ist hier auch so eine... Nein, das ist keine Stahlpflanze. Ist hier ein Bild? Nein. Ja, dann lauf. Tschüss. Oh Mann, jetzt bin ich schon wieder selber geflasht. Und ihn auch. Ja, wenn der mich da nicht die ganze Zeit nerven würde. Ich bin da. Glück gehabt. Das war aber knapp. Alles klar. Wann geht es nach Moskau? Nicht früh genug, dann. Aber sobald wir dort sind, legen wir richtig los. Huah. Wenn die Zeit reif ist, hoffe. Wenn die Zeit reif ist. Ja. Es war eine harte Woche, meine Herren. Wir haben noch viel mehr verloren. Aber wir werden uns erholen. Ich habe einen Blankoscheck. Und ich werde ihn nutzen, um Makarov auszuschalten. Egal, was die Welt sagt, wir sind keine Wilden. Wir töten keine Zivilisten. Wir verwenden Präzision. In den Schatten versteckt sich ein Verbrecher. Und wir werden ihn ans Licht bringen. Wenn wir sein Gesicht kennen, werden wir Geschichte schreiben, Männer. Das sind die letzten Zufluchtsorte für Makarov und seine Männer. Klingt, als sollten wir an zwei Orten gleichzeitig sein. Unmöglich? Nicht für 1,41. 50-50, dass Makarov ausgeschaltet wird. Price, er bitte Erlaubnis, das Versteck mit Roach einzunehmen. Erteilt. Sob und ich übernehmen Afghanistan. Sehr gut. So schneiden wir alle Fluchtrouten ab. Wir beenden es jetzt. Seltsam. Und ich dachte, wir hätten den Krieg schon gestern beendet. Scharfschützen in Position. Jawohl, ACR. Äh, lose Enden. Roger. Verstanden. Gregorisch-russische Grenze. Alles klar. Was haben wir noch? Achso. Der P99 ist das, glaube ich. Ne, der M9. Alles klar. Oh. Wenn das Nicht Glück war Dass wir uns da mal Ganz schnell hingelegt haben Ach, wir haben ja noch einen Raketenwerfer Wie, der Raketenwerfer Granatwerfer meint ich natürlich Wenn man schaltet den da oben Jetzt mal jemand aus Oh, natürlich schön Auf die Ob so ernsthaft das geht Kannst aber mal vollknicken Zack, ab in den Kopf Ja, uah Gut gemacht Die Fahrzeuge wurden neutralisiert Wir haben Makarov nicht gefunden Niemand sonst hat das ausverlassen Die Drugs könnten ein Ablenkungsmanöver sein Vorstoßen Ja, kommt ihr? Oh moin Na, aber es geht so So, haben wir doch wieder mal eine AK Da die da auch immer alle schönen AKs dabei haben Und nur ich keine AK benutzen darf Klaue ich mir die einfach von denen Da ist noch einer Die wollen mich immer alle mit ihren komischen Waffen hauen Merkt selber Ja, genau Das könnte dir so passen Ja, ganz ruhig Ja, entspann dich Ist er doch irgendwo hier Wo muss ich denn jetzt Ah, siehst du Boah Ich dachte, ihr hättet schon alles gesichert Mensch Ich bin jetzt Vielen Dank.